Willkommen Freunde zurück bei Mordor's Schatten. Hier müssen wir eben gucken. Lass mich mal hingucken. Wir sind hier. Was ist das denn? Da will ich mal hin. Ich will wissen was das ist. Das ist hier in der Nähe. Andere Nähe. Und hier. Hier ist das Inn. Blutracheaufträge lassen dich die Toten an die Tode anderer Spieler rächen. Okay. So einfach kann man einen Angriff durch den Grabwattler höchstpersönlich überleben. Hier irgendwo. Hier. Aha. Ähm. Das ist die Tildin. Sternenmond. Es wurde aus Mithril geschmiedet. und trägt die Erinnerungen an alte Zeiten in sich. Das Wissen darin kann gut oder verdorben sein. Wie haben wir hier? Ah Gott. Das macht Sinn. Ja. Egal den kriegen wir schon. Ups. Was? Die Gerüchte über Geister die vom Himmel auf die Röhr. Äh. Äh. Was? Ich fürchte, dass niemand die Orks davon achte, um den Mordern zu verstärken. Was wird denn das eigentlich in Gondors? Ach. Schmerz. Mensch, Schmerz. Ähm. Auch wieder Lug gegen Fernandesflitte gesagt. Ich reiß das Fleisch von deiner Leiche. Ja, Schmerz. Au! Die Hinrichtung hat nicht funktioniert. Im Land der Schatten sollte man sein Opfer richtig töten. Genauso werde ich dich töten. So, jetzt haben wir zwei von denen hier. So, das war der Erste. Welcher war es? Ah, tschüss. Okay, der braucht nur fünf. Oh Gott! Wage es nicht vor mir abzuhauen. Ich werde dich durch ganz Mordor jagen. Oops. Man, 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 das sind ja so viele hier. Es könnte interessant werden. Haltet euch von den Flammen fest oder euch ein Blöde fehllich. Den Trick kenne ich schon. Halt! Glücklich! Oh! Oh! Nein! Bewege das den Bullen mit der Maus in den Kreis und drücke die... Okay, jetzt sind wir tot. Oder? Ja. Aua. Das würde mich beim Anführer etwas beliebter machen. Die wurden... Das wurden irgendwie immer mehr. Aua. 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 Alle, die da waren, die wir nicht besiegt haben, steigen jetzt alle auf. Das ist... Das ist... Oh, was jetzt? Weiß ich doch... Ach, die Scheiße. Ach, du meine Güte. Ich werde gestörtern. Ach, toll. Ups. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflektionen des Lichts der beiden Bäume. Und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Gehen wir jetzt mal da hin. . . . . . . . Die brauche ich noch. Du bist erst mal weg. Meine Güte, es können doch interessant werden, die ganzen schönen Hauptmänner hier platt zu machen. Ich kann sie den Mund halten müssen. Wie weit sind wir? Wartet mal. Wir sind hier. Gelb waren die Hauptmissionen. Dann haben wir da eine. Okay, sonst nirgendwo. Wir haben ja so weit alles erledigt. Hier oben haben wir auch... Warte mal, hier können wir noch schnell... Genau. Machen wir da was schneller als ich denn kann. Machen wir jetzt erst das hier... Machen wir das. Die Urks kämpfen einander auf den Tod, um ihren Mut unter Beweis zu stellen. und ihre Gegner aus dem Weg zu räumen. Wer auch immer flieht oder stirbt, hat das Duell verloren und der Gewinn erlangt Macht. Möchte dich in das Duell ein, um Saurons Armee zu schwächen. Ich schlag dich zu Brei! Dann trampele ich auf dem Brei herum! Hab meine Leute zurückgehalten, um dich selbst zu töten! Ich hoffe, er ist es. Jetzt ist ihm schon besser! Schwupp! Schwupp! Und tschüss! Das ist ein bisschen zu befördern, die hier! Ach, auf einmal! Bis zu nun gegen Fernkampf! Das ist kein blödes Feuer, dass ihr diesmal hilft, he?! Cohohohohoh! Uiih.... Die sind ein bisschen nervenisch... Und Tschüss! Und auf Wiedersehen! Das war der zweite... Okay... Hier geblieben! Das war's für heute! Ja Feigling, bleib hier, wir haben dich fast. Und komm, verdammt. Und komm, verdammt. Und komm, verdammt. Und dann gibt es noch viel mehr davon. Er hat recht, dich zu beschweren, lässt dich nur schwach wirken. Haben die Menschen gefragt, ob sie etwas Grock wollten? Der Grock reicht nicht einmal für uns. Wozu tust du das? Bitte, du musst zurückkehren und meine Freunde retten. Sie wurden so geschunden, dass sie kaum noch stehen können. Okay, aber die haben wir erst mal. Gut. Ui, irgendwer schmeißt mich wieder mit Pfeilen oder sowas. Jetzt weg. Ui. da oben ist er da wollen wir ihn aber von da oben runterholen so weg ist er die ausgestoßenen wäre das ok wo sind wir eigentlich gerade auch da sind wir das ja auch machen ich werde ich dort weg ich bin ich bin ich bin ich bin Ah, bedankt die Spielzeit. Oha. Na gut. Ah, 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 ah. Mist, keine Ahnung. Hi. Ja. Ja. So. Bye-bye. Tschüss. Der ist weg. Oh, shit. Oh, shit. Ah. Da hab ich grad irgendwie gedrückt, aber war's zu spät. Na gut. Okay. Warum auch immer, aber egal. Quatsch. Gut. Gut. Äh. Was zum... Ich würde mal sagen, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und... Wer bist du, Geist? Was willst du von mir? Ich habe einen Namen, doch ich erinnere mich nicht an ihn. Die schwarze Hand rief mich von jenseits des Nichts und ich folgte dem Ruf. Okay. Äh. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich sage erstmal bis dann und... Tschau.